So, hi Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Hunde Destiny und dann kommt jetzt was Neues. Okay, gut. Ja, ich kann euch mal kurz mein Schleswig zeigen. Das war der falsche Knopf. Hier, ich habe ein bisschen offline in dem Schmelztiegel gespielt und jetzt sind wir Level 8, wie wir ja oben rechts sehen können. Ja, die neuen Waffen habe ich auch schon ausprobiert, die sind richtig gut. Also im Multiplayer ist nichts gut, sage ich jetzt mal. Da sind alle Waffen schlecht für so ein tiefes Level, wie ich. Aber, naja, ein paar Kills habe ich schon gekriegt. So, und ich habe ja meine komplette Skalpellrüstung hier reingepackt, das ich schon mal zusammengesammelt habe. Ich habe mir die Handschuhe noch gekauft heute. Der Helm fehlt mir jetzt noch. Aber ich werde trotzdem schon mal alles nehmen und auch anziehen. So, dann ziehen wir uns nochmal die neuen Sachen an. 21er Panzerung, 32er Panzerung. Das Neue und das Neue. Hä? Ah, jetzt. So, so sieht so eine Neue und so aus. Finde ich, sieht richtig hammer nice aus. Oder? Sieht auch schön aus. So. Den Helm müssen wir uns noch ergattern. Hoffen bei den Krieg man auch bald dazu. Boah. Äh, bringt mir zu einer Freude, kräft den Streicherz, wo er stärkt, den Geister, wo er ist jetzt. Okay. Ja, wie man an diese komischen Ringe da kommt, habe ich eh immer noch keine Ahnung. Der bringt die mir nicht. Wir hatten diese Ringe. Wie wird denn die haben? Irgendjemand muss ja diese scheiß Ringe haben. Ich gehe jetzt mal einfach zur Karte. Gibt's hier drüben jemand, der eine Karte ist? So ein Kartenbot. Ich nenne ihn einfach Catbot. Nee, bei C auch mit, nee, Catbot mit K, also Cat, Karte. Obwohl ja da noch ein R ist, aber egal. Hi. Du bist hier, schon klar. Neue, 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 Ausstatter, Sprecher. Spezialaufträge, Tresor, Krüttrach, keine Ahnung, Poststelle, Waffenmeister, Beute, Züge, Schmelztiegel, Vorhut, Events. Kriegskultur der Zukunft, Chefmeisterin, Toter Orbit und Quartierwart. Okay, gucken wir jetzt nochmal alles an kurz. Äh, ja, du bringst dir im Leben. Das sieht schön aus. Das würde ich, glaube ich, nehmen. Ja. Das finde ich nett. Und? Oben rechts? Muss ich da draus gehen, wieder rein? Nee, hä? Ich hab's ja jetzt da. Okay. Der Aufgang, Abzeichen, okay. Komm bald wieder. Wo ist es? Ah, jetzt hab ich's oben. Sieht auch schön profil-stylig aus. Mit schwarz und blau. Das grau geht. So, wir haben unsere neue rote Rüstung. Und, ähm, vielleicht bringt der mich ja da weiter. Hast du die Ringe? Ja, er hat Ringe, aber. Level 20er Ringe. Und der hat auch Waffen für Level 20, Leute. Und der hat auch andere Sachen, Abzeichen. Vielleicht werde ich meinen Freunden davon erzählen. Der wird wahrscheinlich auch ne Sachen haben, die übelst overpower. Das ist ein Geist. Cool. Okay, ja, jeder wird 20, kriegt man diese Reifen. Was? Aber irgendwoher kriegt man diese Reifen auch so, das weiß ich. Ich glaub, aus der Story, weil in der Story kriegt man ja schon sehr viel zugeschmissen. Sag ich jetzt mal. Und da, glaub ich, kriegt man irgendwo auch, äh, diese Reifen eben. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass man die da irgendwo bekommt. So. Äh, ja. Lange war so Zeit, kennt der ja vom Orbit und so. Deswegen werde ich jetzt einfach mal, das ist ein bisschen laut, also da. Was ist das da oben? Ist das ein Vogel? Sieht so aus. Ist okay. Äh, ja, hier ein Flugzeug. Was war davor? So, und ich mach jetzt kurz den kleinen Cut, weil ich hab ein bisschen was umgestellt. Haben wir eine Aufnahme jetzt so, und wir kurz gucken, ob wir alles noch funzt, dass es geht. Und dann sehen wir uns gleich wahrscheinlich im Orbit wieder. Also, so, ja. Hier sind wir jetzt wieder im Orbit. und unser schönes neues Banner, sag ich jetzt einfach mal oben rechts. Und wir legen unser Ziel fest, ja. Schmerzziegel hab ich schon ein bisschen gespielt, ist eben der Online-Modus. und wir spielen jetzt auf Mond. Kapitel 6 haben wir ja erfolgreich abgeschlossen. Kapitel 7. 7. 8. Hä, warum? 7. Und nochmal 7. Hä? Okay, warum wir 2 mal 7 haben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich werde wahrscheinlich mit dem 7 mich einfach vergessen, der andere 6 ist. So, Level 7 nochmal. Spiel 10. Ja. Dann spielen wir doch mal das Level. Und schauen mal, ob wir da irgendwas reißen können mit unseren neuen Waffen. Die ja für mich nicht mehr neu sind, weil ich ja schon damit gespielt hab. Aber für euch sind sie neu eben. Weil in der letzten Folge hatte ich ja noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwo unter die Erde des Mondes. Der Mond sieht ein bisschen kaputt aus, fällt mir grad auf. War das schon beim letzten Mal auch? Weiß ich noch nicht. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. Okay. Ja, hier sieht man die neuen Waffen jetzt. Das ist eben die neue Vollautomatik, die wir haben. Und ja, hier haben wir noch die zweite Waffe, die schon schön Armeefarben ist, finde ich. Wenn man so sieht, sieht man das schön von der Seite. Ja, die hat einen 72er Schaden und auch so ein richtig cooles Visier. Sieht man ja. Die andere hat das normale Visier, nicht so prägelnd. Und aber das sieht ganz nett aus. Gefällt mir. Ja, wir haben natürlich auch unsere große Waffe noch, wir haben auch keine Munition. Und wir haben auch noch eben durch den Schmelztiegel eine zweite schwere Waffe bekommen. und zwar ein Maschinengewehr von Darius die also von Darius ist das die Nummer C. Nummer C, ja, Nummer T. Und ja. Hat auch, äh, ja, ich habe jetzt herausgefunden, dass hier, ja, so die Waffe aus, hier ist eine Statistik, wenn ich auf Details gehe. Wenn ich jetzt mal bei unserer Spezialwaffe auf Details gehe, sieht man hier, hier ist diese ruhige Hand UV, also dieses stabiles Visier dran, dass wir hinten dran haben. Das blaue. Und wenn ich jetzt zu der Waffe zum Beispiel was machen will, geht das nicht, weil hier kein Menü dafür ist. Deswegen ist diese Waffe nicht modifizierbar. Ja. Ich wollte es dir nur mal kurz erklären. So. Äh, wir können ja jetzt auch ja, Granaten werfen. A grenade! Ach ja. Äh, was mir jetzt gerade durch Granaten noch eingefallen ist, ist, wir haben hier ein paar mehr Sachen jetzt. Einmal hier diesen Kleiter noch und wir haben jetzt hier zwei verschiedene Granaten. Die Vortexgranate, die ich ja gerade geworfen habe und die Streugranate. So, die ist jetzt natürlich noch nicht voll, weil ich gerade meine geworfen habe. Eigentlich wollte ich nur, genau, einen Transport mit, äh, rufen. Danke. So. Wo geht das so lang? Keine Ahnung, da. Dann gehen wir doch mal da ran. So, einer tot. Und... Oh mein Gott, das ist ja so ein Ding. Okay. Neh mir doch mal die Waffe. Okay. Ah, das ist ja. Komm ran auf den Meda. Einen Schuss habe ich noch, bevor ich nachladen muss. Und weg. Weg. Und unsere Granaten sind voll. Ist hier noch ein Gegner? Ne. Da waren wir doch schon, oder? Ne. Hä? Okay. Äh, doch, da ist doch noch jemand. Wir sind reingezeigt auf der Karte. Schwickrenade! Ja, das macht eben die neue Granate. Ich weiß aber nicht, ob mir das mehr gefällt als die alte. Muss ich gucken. Das hätte jetzt vielleicht mehr gebraucht mit der Granate, aber egal. Okay, ein ganzes Magazin brauche ich für einen. Also 72 mal 3, wenn wir jetzt mal ausrechnen. Ich habe dafür gerade keine Zeit. Der erste Schuss, der zweite Schuss und der dritte Schuss und der ist lebt eben noch. Mal kurz einen Ultraschall in die Schnauze gehauen, sag ich jetzt einfach mal. Und unser Superschlag ist bereit. Das ist doch nett. Weil es hieß, dass hier noch mehr Ritter die es beschützen. Von einem Ritter die Räder, nicht von zwei. Die Schar, den Mond völlig zerfressen und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Okay. Der arme Mond. Wo muss ich denn hier lang? Ach, da runter wahrscheinlich. Vergessen wir mal, dass man ja keinen Fallschaden kriegt. Deswegen will ich nie irgendwo runterspringen, so richtig. Wo müssen wir denn lang? Hier sind große Metallpfeiler, da drüben ist noch einer. Ist hier neidhaft, hier war. Das hat sich jetzt irgendwie komisch angehört. Halle der Weisheit. Ozeane der Störmer. Da unten ist eine ganze Mikropole. Okay, ne Metropole, wo jeder Waffe hat. Find ich gut. Ich war ganz nett, deswegen nicht für ne... Komm. Toll, da ist jetzt der Ritter. Der Fee gebracht. Hier, Grenade. Ja, der Ritter ist natürlich immun, läuft bei ihm. Hier, komm auf mehr da ran, Junge. Ne, toll. Oh mein Gott, so viele Gegner, ey. Boah, da wirst man ja gar nicht mal am Anfang so wegkillen. Zum Glück hab ich ja hier diesen schönen Mondstein. Mond for the win. Uh, ich hab eine Spieharmonie. Nachfüllen. Bam! Ah, der ist tot. Hat's gelohnt. Hat's gelohnt. Und eine Hexe. Glaub ich nicht so ganz gelohnt. Oder? Ja. Hexe tot. Also diese schwere Waffe ist auf jeden Fall sehr praktisch. Junge. Noch ein Junge. Und noch ein Junge. Bam. So, ganz viele Jungs gekillt. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Mädchen. Ahaha. Ähm. Wo waren wir denn? da lang. Noch ein Witter. Verarsche. Hier der Immun. Leute, neben mir. Boom. Ich sterbe. Leute, da war da gerade ein Charge-Chip. Oh, ich hab noch mal nie für die. Oh, scheiße. Echze. Echze. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin tot. War mir so klar. Aber mein Super ist bereit. Und es war keine Ultra-Hardy-Zoon. Deswegen werde ich gespawnt. Deswegen werde ich gespawnt. Boah, alter. Boah, was ist das denn? Ich hab mir nicht, der ist Immun. Der ist Immun. Läuft bei ihm. Das hab ich mir nicht verschwendet für einen, der Immun ist. Ich glaub, ich muss ihn anballern, wenn er grad kämpft. Sag ich jetzt mal. Bin ich nicht unter ihm? Ach ne, ich bin noch. Ich werde zurückgesetzt worden. Oder ja, gleich kommt man da. Ich hab nur ne Waffe. Lol. Toll, ne Piste. Ich will aber keine Piste, ich will die hier. Danke. Uh, schwere Moni, schwere Moni. Hinrennen, hinrennen. Hey, du da. Magst du mich? Ich dich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ganz viel genau. Oh mein Gott. Ich hab mich selber mitgekillt, oder? Ja. Ne. Sieben Kreischer. Okay. Ich hab mich aber trotzdem, glaub ich, selbst mitgekillt. Oh mein Gott. Junge, verpisst euch. Ich mag euch nicht. Aber schwere Moni, bin ich gut. Ne, da hab ich wahrscheinlich nicht ihn ehrlich. Okay, die Hexe ist weg. Jetzt sind es nur noch die zwei solcher Aquilonen, oder was? Rötigen. Hier stehen da. Und da. So, weg sind sie. Müssen alle sein. Okay. Der Ritter ist in der Nähe. Er ist mächtig und nicht alleine. Ich hab schon meine Basuga gemacht. Aber dieser Metat hat den Schlüssel zum Grab. Wir müssen ihn töten. Ich hab meine Basuga. Ich hab meine Basuga. Und ich hab gleich mal alles voll. Und jetzt ist mein Sporn eingeschränkt. Toll. Und da kommt das Schiff. Und ich versteck mich mal lieber. Was ist denn das? Oh, scheiße. Zwei Ritter. Die Hexe ist erst mal am dümmsten. Die sterben. So, Hexe tot. Nicht Affe tot, sondern Hexe tot eben. So, kommt mal ran. Jungs. Hä? Wusste ich es doch seitdem mehr sind. Uh, der hat überlebt. Aber jetzt auch nicht mehr lange. So, weg ist er. Kann er hier noch nachladen. Oh, das muss ich hier auf Erfolgerung. Geil, dass die Hexe einfach dran vorbeischwebt. Geld mir. Also, dass die Hexe grad hochschwebt, wenn ich einfach dran vorbeischieße. Kann ich nicht drauf. Ah, das tut so aus. Das sieht aber auch so aus, als ob ich ein anderes Kampfgebiet wäre. Scheiße. Da geht es zurück. Oh, das ist der ganze Herd, der Boss. Tschüss. I like it. Oh mein Gott. Bam, weg ist er. Bam, weg ist er. Bam, weg ist er. Bam. Nein, nein, nein. Ich mag euch nicht. Oh mein Gott. Übergegner. Ah. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Oder auch nicht. Mein Gott. Hex. So, Hexe tot. Tot. Und... Tot. Und... Tot. Und nicht tot. Scheiße. Grenade. Grenade, grenade, grenade. Oh mein Gott. Hä? Okay. Das wird, glaube ich, wieder eine sehr lange Folge, diesmal. Sollte die Folgen werden irgendwie mal länger, oder? Habe ich mir das nur so vor? Ja. Das ist ja schon so. Ich will aber nicht irgendwie im Kapitel da ein Ende machen. Wenn es natürlich zu lange ist, kann ich natürlich schreiben, dass ich eben der Folge Ende machen soll. Und nochmal einfach kurz ein Cut oder so einfach mitten reinpacken. Wenn gerade nichts Spannendes ist. Aber so würde ich das eigentlich gar nicht haben. Sollte ich irgendwie einen Cut habe, oder so. Ey, scheißverdammte Hexe. Kaufe dir Geld. Gott. Kaufe dir Geld. Achso, das ist ja die vergiftete Zone. Bestand, ja. Okay, wo sei denn? Ich habe ja nicht gesehen. Oh, wie schon hätte ich mein ganzes Zeug einfach auffüllt. Super, habe ich eben eingesetzt. Gleich wieder voll. War ich hier schon? Sieht nicht so aus, aber ich glaube, ich höre in die falsche Richtung. Aber egal, gehe ich mir hier lang. Okay. Ein bisschen Labyrinth, finde ich. Boah, was ist hier los, ey? Geht's hier weiter? Ne. Dann gehen wir mal wieder zurück. Immer wieder, immer wieder. Hey, da macht's überall Licht, hey. Okay, ich wollte gerade eigentlich meine Kanate nicht wegwerfen. Ich wollte mir eigentlich nur ein Fahrzeug holen, aber... Das geht ja nicht. Knochen zirkt, okay. Da hätten wir sein, also. Da bist du! Junge. Da habe ich ihn doch. Ne, hier geht's nicht lang. Hä, wo geht's denn lang? Hier bin ich in der Mitte, oder? Ja, das ist die Mitte. Also, da drin. Okay. Ich glaube, ich muss... Oh. Komm ran auf den Mäler Hexel. Oh, mein Gott. Okay. Okay. Nochmal Überraschungsbesuche, der Gegner. Ja, Hexe, was willst du denn, hä? Hä? Boah. Hier waren noch zwei Ritter, habe ich hier sehen. Ich hab' die Rügel-Schuhe bekommen. Klasse, hab' ich schon. Wie geil. Warn weg. Warn. Warn. Genau, von hier kam ich ja. Von hier kam ich, bin dann hier runtergesprungen und da hinten da noch zwei Ritter. Das weiß ich, sehe ich ja mal hier. Ich hab' durch seine Beine geschossen. Ernsthaft? Ich glaub' das ist... Ich glaub' das ist... Das war mir klar. Wie kann ich auch so behindert sein und durch seine Beine schießen? Ernsthaft? Ja, jetzt hab' ich normale Geld. Ich glaub' das ist mir jetzt an der Steht. Und ich geh' nicht wieder zu den Ritter. Wird da rechts auf dem Display irgendwie 18 angezeigt? Von der... Von der... Waffe. Ich kann das nicht so gut erkennen. Ich glaub' das ist aber 19. Ich hab' das nicht so gut gesehen. Hexe ist das Auf keine Muni Für die beiden da hinten Ich will die aber auch nicht anballern Was? Sterb Vergiftung Scheiße Ich sterb Ich sterb Ich sterb Ich sterb Ich sterb Also ich sterb Nicht Oder nicht Ich habe überwiegendes Leben War der nicht gerade lila Muni? Also schwer Muni? Ne, sah das aus Schade Okay, hier mal nachladen Waren super ist bereit Okay Kann ich gleich mal einsetzen Wenn ich mal Gegner finde Zum Beispiel Die Gegner da Gegner Na, Kampf Na, Kampf Na, Kampf Noch mehr Gegner Okay So Wie viel haben wir denn? 22 Minuten Lohnt sich noch nicht Ein Cut zu machen Ich würde sagen So bei 30 Würde ich dann auch mal Cut machen Würde ich mal ausüben In dieser Folge einfach mal Aber wenn ich gerade eben Was angefangen habe Damit ihr könnt in die Comments schreiben Aber egal Ich widerspreche mich Ja gerne Also ich sag gerne was Was ich danach gehen Selber dann entscheide Deswegen Ja, da drin ist immer noch Die scheiß Hexe Was weiß ich Ich werde allein gegen den Typ kämpfen So Loll, sind meine Arme blau Loll, meine Arme sind blau Hä Läuft Ja, jetzt habe ich zweimal die Skalpellflüge Schuhe Ja, die habe ich mir gekauft Deswegen nehme ich ja die Die zerlege ich dann Die zerlege ich Die zerlege ich Ey, ernsthaft Warum kriege ich alles denn Von der Skalpell? Scheiße Der Helm wäre nett Den könnte ich gebrauchen Aber nicht das beides Das habe ich doch schon Ey, immer diese Leute die sich checken Egal Ja, du bist da drin Ich habe es schon gecheckt Irgendwie immer so aus Als ob das irgendwie Dieser lila Muni wäre Okay Ich muss auf jeden Fall Da über die Mauer Um zu ihnen rein zu kommen Ich werde aber gar nicht rein So richtig Dann stelle ich mich immer drauf Und habe noch gekriegt Das ist nichts zu verbringen Ich würde sagen Ich werfe das nur in die Kanade rein Bam Und jetzt wieder raus Los, 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 los Oh mein Gott So Hm, ich könnte jetzt kurz warten Bis mein Superfall ist Und dann einfach reinpacken Äh Äh Okay Okay Es macht mir Schaden Oh, das rüben der Gegner Oh, das rüben der Gegner Weg Äh Wo sind die? Oh Okay, ich gehe wieder Tschüss Gut Ja Wir müssen immer noch da rein Wenn Super ist Gleich voll Mal gucken Ob vielleicht noch hinten Wieder ein paar Gegner sind Weil da waren ja Wir waren zwar gerade schon hinten Aber vielleicht ist ja noch mehr da Kann ja durchaus möglich sein Irgendwie so, dass ich so Klipper löse So Oh, super breit Okay, klasse Gleich mal was hier lang Hä, was ist hier? Okay Loll Von hier komme ich nicht Oder? Nee Hä? Hä? Okay Wof wir das hin Echt rein? Wahrscheinlich nicht Doch Äh, cool Das Torhaus Echtes Wand Okay Ding So, das sieht gar nicht gut aus Na, komm, Waffe Bin ich jetzt hier drinne? Das sieht ja so aus Hier sieht man wieder Diese Heli-Landschaft Sieht man ja aus Völlig bekannt Ich glaube, ich bin hier drinne Wo ich ihn nicht rein wollte Aber das noch Ritter Der eigentlich sehr leicht zu besiegen ging Okay Was er jetzt mit Aufsicht hatte Mit Ritter und so'n Scheiß Ey, da ist er noch Nein, 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 nein Nein, 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 nein Junge Nein, hab ich gesagt Nein Ich will nicht Sterben Hier geht's nicht um Möchten Oder so'n Scheiß Geht's einfach um Wollen Das ist Destiny So, wir haben hier nur Bewerb bekommen Ein Impulsgewehr Toll 64er Schaden Ich hätt gern den Helm Oder ein Automatikgewehr Mit 64er Schaden Alles andere nehm ich nicht an Super breit Äh, Nova Bomb Ist der Name of the Super Wo sind wir jetzt hängelaufen? Hi Okay Und schwere Muni gefahren Oh mein Gott, ganz viele Gegner Hm Ich glaub, das ist jetzt der richtige Raum Weil der ist auch so golden wie der ist eigentlich Wenn jetzt mit gleich einer Hexe entgegengeflogen kommt, das ist der Das kommt Da ist eine Hexe Ich glaub, das ist Terror Was? Wo ist der Starke? Bist du das? Nein, das war ja nicht Müsse ich wahrscheinlich auch nicht Okay Hä, das war ja Das war ja doch auch nicht Hä, wo bin ich denn hier? Nein, nein, nein Ich will den Super nicht einsetzen Das ist eine Verschwendung für dich Weil ich den nicht Bei dem Ritscher, den ich mit Tegu einsetzt Hunger Hunger Okay Wir haben Okay, noch Money Hier haben wir auch noch richtig viel Money Und wir haben sogar eine Money hier Okay, da wir jetzt so sich riesen Räume durch sind Würde ich sagen, wir sind ja noch gleich da mal Äh, nee Okay Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich bin ja nicht zurück, oder? Ja, hier geht's ja nicht weiter, oder? Ich habe jedenfalls noch keinen Weg gefunden Nämlich hier irgendwie weiterbringt Ist hier am Boden Nein, das ist was Führe ich gleich lang Da ist eine Zürtür Hier ist eine Zürtür Dann und seht man, glaube ich, auch eine Tür zu Hier war noch was Ja, da waren wir ja eben Ne, da, hä, war das doch der Nee Wir wollten noch so über die Mauer Das heißt, es kann ja nicht dieser Raum hier gewesen sein Es muss ein anderer sein Dann laufen wir einfach mal zurück Ah, okay, es wird nur gar nicht gezeigt Komm Da, dann, 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 okay Dann renn wir mal da hin Ja, okay, wir sind ganz wahrscheinlich in die falsche Richtung gerannt Liegt Moni Ja, da Okay, wie komme ich da hin? Ah, nicht mehr Ah, da hin Durch dieses Tor wahrscheinlich Dann gehen wir da mal durch Ja, dann Da, dann Okay, jetzt sind wir wieder hier Genau, hier war ja diese komische Brücke Okay, ich glaube, wir waren irgendwie so meilenweit oder so weg Einfach Knochenzucker Ja, genau, hier muss man Da ist er Da ist die Hexe, die kann ich jetzt killen Wenn ich nah genug rankomme Läuft Hier sind Gegner Ein Gegner Hier, äh Gegner Die sterben Okay, der ist tot Du bist Gleich auch tot Warm Weg bist du Nicht ganz Aber du auch gleich Und jetzt Und so eben Du auch Oh Gott Ich hasse die kleinen Viecher Ich hasse sie einfach Also sind ja nicht klein Aber die Nerven Weil wir dir immer wieder zugespringt Komm Puh Da steht noch einer Komm ran Auf den Meta Na weg Genau Hä Kommen die alle einfach wieder Oder was ist los Hier krieg ich auf jeden Fall mehr Pute Würde ich sagen Okay Bam 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 Und was ist der letzte Bam Ach, hier kommt irgendwie eine neue Schiffe Ach, so ist das Äh, in der Steinstein vielleicht Puh, das war knapp Ein Ritter, ernsthaft verarsche, er verarsche Ein Don't Like Ritters Bam Sag mir nicht, ich lese mal vorbei Ich hasse es einfach dermaßen Au Ich sterbe, ich sterbe Der Ritter kehrt mich Nein, ich will nicht sterben, Junge Verpiss dich Geht das denn mit? Die schlimmste Hexen gehen ja noch Aber Ritter Junge Wie oft denn noch? Ich mag dich nicht Ich hörte den So Ritter gekillt Das war jetzt unser Da ist ein Gegner Komm ran Komm ran Wenn ich zu dir sag Stoß, was soll ich so ran tun? Und noch ne Hexe Äh Irgendwie sind wirklich alle Feinde wieder da Ja, die sind ja nicht gespawnt Die spawnen da hier nicht Die werden ja hier wirklich angeliefert So Richtig schön Schönes Game Hier spawnen keine Feinde Hier werden die geliefert Per Post Bist du? Also das ist cool an diesem Game Oh Sterbt, 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 sterbt Sterbt Ja, stirbt, ich weiß Ne Ich glaube nicht mehr Okay, bam Und bam Ey Okay Oh Okay Ja Gut Ähm Ja Mehr Fans sind hier Hoffentlich jetzt nicht Das sind zwei Ritter da hinten Hi Aber das ist erstmal Irrelevant Mein Super ist gleich voll Schön Trämen sie noch alle Hi Granox Der eindrucksvoll Oh mein Gott Hexe Ich kann die von drinnen abballern Ich kann die von draußen abballern Was ist das denn? Das ist ja geil Ich kann die von draußen einfach wegpacken Gewehr ich nicht verkaufen Der Pedor schießt schon Ich glaube nicht Nein Das geht nicht Das geht nie im Leben Okay Das war richtig fail Ich will die Hexe Ich will die Hexe Ich bin weg Und super bereit Dann warten wir mal Bis der auffällt Mit seinem scheiß Dauerfeuer Okay 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 Oh oh Gegner Man kann da rumlaufen Okay Jetzt habe ich gecheckt Ich bin glaube ich vorhin sogar schon da lang gelaufen einfach Und habe es einfach vergessen wieder Ich habe ihn weg Er ist weg Und ich habe eine Waffe bekommen Das ist der Schlüssel zum Grab Okay ich weiß wo wir hin müssen Oh mein Gott Bitte nicht da durch Wo wir gerade eben waren Wahrscheinlich schon Aber egal Ja wir haben jetzt 37 Minuten Gut Würde ich sagen Mache ich hier einen Cut Und ja wir sehen uns dann gleich wieder Wir haben jetzt gerade eh nichts zu tun Aber wir gucken uns noch schnell Die neuen Waffen an Die hä Ein Upgrade Cool Nächste bitte nach Gib mir das Projekt hier Nach der Zeit hier verringert Cool Gefällt mir Und wir haben ein Condiliiertes Endergram Ja Sowas würde ich schon immer haben Weil da haben wir dann so ein Potenzieller Reif Ja Klasse Aber wir haben noch keinen Helm Leider Nichts 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 Neues So Ja Gut Sehen wir uns dann eben beim nächsten Mal wieder Gleich In der nächsten Folge Und Ja Wäre nett wenn ihr eine Bewertung da lasst Trotz noch alles nachladen Da bin ich Veröffnet bin Der hat keine Money So Ja Dann sehen wir uns Gleich wieder Ja 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 Ja